Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal sofort und gleich. Und ja dann auch heute sind wir mal wieder am Pack-Operning machen auf dem... Erst-Account! Juckoo! Ähm, Account auf diesem Planeten. Ähm, ja. Und jetzt machen wir hier... Ich will jetzt hier mal einen Bill... Daughter-Ry... Keine Ahnung. So, ich mach jetzt... Äh, das ist Eugene und Ben da. Ne, dann mach ich das andere auf. Ich mach die hier auf die Pirate-Cannon-Box. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Was? Hm? Hm. Ja, ja. Hä? So, und dann machen wir mal das Sonderangebot auf und gucken, was dabei rauskommt. Also 800. Wäre mal nicht schlecht, wenn jetzt was Gutes dabei rauskommen würde. Und, 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 ne Cat Guards. Naja, immerhin ne Cat Guards. Äh, gleich halt, ne? Mmh, immerhin ne Cat Guards. So. Dann gehen wir hier jetzt mal rein und machen jetzt mal Goldene Turts auf. Golden Turts. Ach, die Box, die Box hast du auch gemacht, ne? Ja. Und, was warst du raus? Ja, es war einmal ne Cat Guards, ne? Echt? Ja. Kannst du schon noch einmal die Box aufmachen? Ja, natürlich kann ich noch einmal die Box aufmachen. Ja, ich meine, du hast auch so ein Sonderangebot gemacht, oder? Ja, na klar. Das andere, beide waren, äh, Apex gewesen. Ach so. Ja, geil. Irgendwie kriegst du die zurzeit nur. Ja, das ist gerade, also, wenn ihr jetzt irgendwie das Video seht, am besten gleich jetzt auch oft machen, weil gerade ist die im Sonderangebot scheinbar. Die wird hier verteilt ohne Ende. Genau, das ist ein Sonderangebot, Herr Geith. Die wird hier gerade verteilt ohne Ende. Herr Gleich, ich siehste hier noch, guck. So, so und dann, so wird es morgen sein, oder? So, ja, 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 so und jetzt gehen wir, ja, ich hätte jetzt, ne, mach ich jetzt nicht mehr, lohnt sich nicht. So, jetzt können wir hier rein. Welcome Mojitos. Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann, ne, das wird morgen kommen, ne? Also da, wenn, ja genau, wenn ihr das Video seht, dann hab ich... Ah, Lebkuchenkanone, ja? Dann hab ich bereits Ferien. Weil das Video kommt, glaub ich, morgen. Das kommt morgen, ja. Ja, also, dann werde ich, äh, wenn das Video live ist, dann hab ich Ferien und werde einfach mal Stream machen und, äh, halt mal ne Klappe. Was? Ja? Warum? Was? Was? Einfach mal so? Also, das hat jetzt nicht, ich hab ihn, ich hab ihn nicht irgendwie, ich hab gar nichts gemacht. Hast du auch gar nicht? Nee, weil es jemand, eventuell jemand denken könnte, so, äh, ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gemacht. So, Baseball, Chris, das können wir mal überlegen, ich gucke gerade mal. Alter, wenn man das so sieht, ne? Guck mal hier. Hm? Dann hm? Dann hm? Jetzt? Hm? Dann hm? Dann hm? Dann hm? Dann hm? Pfff. Genau, ich hab... So, egal, ich hab... Es geht immer noch weiter. Ich hab, egal, 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 in soo... Wer kennt hier noch den Herr Gletscher? Who's talking about that, man? Herr Gletscher! Herr Gletscher! Who are you talking about me? Herr Gletscher! Alter, was bin ich beim Stan? Das gibt's doch nicht. Hä? Schrott! Dann ist es doch dann ein bisschen neue Karte, oder? Schrott Farmable. Goddamn Farmables. Ja! Ja! Student Lucky! Student Lucky ist gut. Da kann ich eventuell sogar was mit anfangen. Ich mein, es ist jetzt schade, dass jetzt leider das Educated vorbei ist, aber damit kann ich eventuell was anfangen. Ich glaub, den kann ich dann Quad Fusen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub, den kann ich Quad Fusen. Oder hab ich ihn auf dem zweiten Count unten soweit? Nee, ich glaub, das ist auf dem ersten Count. Student Lucky. Mal gucken. Student Lucky. Hier hab ich ihn nur einmal. Genau. Und ich glaub, auf dem ersten Count... Was ist jetzt? Nicht gelistet. So, jetzt gucken wir mal hier rein und dann gehen wir mal... Nein, nein, das ist wohl schnitt. Das ist wohl schnitt! Geh raus da! Gehst du raus? Ich könnte... 84... 16... 16 Turtles kann ich auch noch schnell zusammen bekommen. Aber... Soll ich nicht? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Der braucht das lange jetzt hier gerade ne... 16 Turtles, das könnten drei... Dreimal automatisch... Gut, wir gucken jetzt erstmal... Ja... Ach, wenn er mal hier reagieren würde... Boah... Oh... Hä? Was denn? Alles klar... Was ist denn jetzt hier los? Okay... Und das hier? Das gibt's doch nicht... Hä? Das gibt's doch nicht... Egal... Ihr kriegt die gleich... Warte... So... Zwei Legendaries... Krieg ich jetzt noch hier zusammen... Schauen wir mal da rein... Oh komm... Einmal noch ein Roger... Und... Dann... Was haben wir hier noch? Ein Roger... Ey... Hm? Ich raste grad ein bisschen aus... Warum? Ey... Hm? Ich hoffe... Ja okay, man hört es nicht... Horskel... So... Jetzt gehen wir mal ins Deck rein... Gucken wir mal... Ob sich da irgendwas jetzt noch gelohnt hat... Ob ich irgendwas entscheidend verbessern kann... Ach so... Ja wirklich... So... Also... Haben wir einmal Absinthe... Und einmal den Absinthe rausch... Jetzt gucken wir mal hier unten rein... So... Was haben wir denn da alles? Ey... Bänder... Bringt mir nix... So... Will... Bill... Daughtery... Das... Das... Möchte ich jetzt mal echt sehen... Damen... Football... Gnadenloses Dojo... Horse Camp... Wie weit bin ich denn eigentlich mit meinem Horse Camp? Wenn ich das... Ah... Das ist... Was? Nicht bin ich es... Kann ich nicht verstehen... Da ist Katana... Bist du fertig? Nein... Nein... Bin ich denn nicht... Ich bin im Kameramen gucken... Ah... Ach so... Aber du bist fertig mit dem Pack of Unique... Natürlich... Katana kann ich nicht... Kann dir das? Äh... Ja... Also... Wenn es euch gefallen hat... Wenn es euch gefallen hat... Ich würde mich selber liken... Auch... Ich würde mich freuen... Bis dann auch... Tschüss... Ciao... Tschüss...